Heute wird die Botschaft sein, dass wir an der Liebe Gottes baden und diese Liebe kommt durch sein Wort. Das ist eins von acht Büchern und es ist nicht genügend Zeit für uns, dass wir das alles übersetzen und drucken können und so müsst ihr etwas geduldig mit uns sein. Wir schätzen das sehr, dass ihr diese Dinge kauft und uns damit unterstützt, denn wenn ihr das kauft, dann hilft uns das Geld, dass wir andere Leute anstellen können, die weitere Bücher übersetzen, die dann auch gedruckt werden können. Wir haben englische Bücher, die überwältigende Kraft der Buße. Wer englische Freunde hat, der kann das gerne mitnehmen. Auch dieses kleine Buch da, vom Ursprung des Stolzes, gibt es in Englisch, wenn jemand das in Englisch haben möchte. Und himmlische Logik, das gibt es auch online zu kaufen, in Englisch, das ist auch in Englisch, das deutsche Buch ist auch noch nicht fertig. Wenn man Divine Logik oder Josef Luxum in Google eingibt, dann findet man das überall. Also, as soon as you click this in, this is gonna come up. Und dann werdet ihr auch dieses da finden, ein Jude in dieser Welt. Das ist in Englisch, das gibt es auch in Deutsch. In Deutsch auch, in different format. Und die Geschwister aus Altenburg, die Gemeindeleiter dort, der Mann, der hat es gelesen und er hat gesagt, es hat ihn so tief berührt. Und es ist das Beste, was er jemals gelesen hat, hat er gesagt. Denn in diesem Buch bittet ein Jude um Erbarmen. Und Verständnis. Wer hat dieses kleine Buch gelesen? Und wer hat es weitergegeben? Oh, ich bin überrascht. So, ihr seid Missionare. Die meisten haben es nur für sich selbst genommen und es behalten, nicht weitergegeben. Dieses Buch ist auch dazu da, dass es weitergegeben wird. Ich habe es schon gesagt. Das gibt es in Deutsch und in Englisch. Sieht gleich aus, verwechselt es nicht. Wer hat englisch sprechende Freunde von euch? Das ist die englische Ausgabe. Ja, von euch bekommen die Perlenrundbriefe. Vom 1. bis zum 8. Juni werden wir in Indien sein. Und es wird ein ganz anderer Dienst sein, als wir ihn in Europa haben. Es wird sehr dynamisch und evangelistisch sein. Open-Air-Veranstaltungen. Und so, wir werden zwei Kameras mitnehmen und das alles aufnehmen. Und in dem nächsten Rundbrief, da wird ein klein wenig nach Indien erst kommen, da wird es dann einen Bericht über Indien geben. Und wir werden auch eine DVD von dem machen, was wir aufgenommen haben. Und wir hoffen, dass es eine ordentliche Qualität wird. Dieser Mann da, da hat kein Gewehr über der Schulter, sondern eine Gitarre. Hallo. Und da ist ein Lied auf dieser CD, das heißt Der heilende Balsam von Gilead. Und das geht sieben Minuten lang, das Lied. Und das reicht aus, um geheilt zu werden. Und wir werden heute darüber reden. Aber es wird mehr ein Ölbad sein. Und wir werden am Ende ein Opfer einsammeln, am Ende von der Versammlung. Damit ihr dann aus eurem dankbaren Herzen für den Dienst etwas geben könnt. Amen. Amen. Wir wollen uns daran erfreuen. Okay, and I can start. A bath. Maybe you can turn this light off. You can have a seat better. This helps. It's okay? Without the light. Every time we hear about the love of God. Jedes Mal, wenn wir von der Liebe Gottes hören, read about this, wenn wir darüber lesen, listen on a cassette or CD, eine CD oder Kassette darüber hören, we bathe in God's love. Dann baden wir in der Liebe Gottes. The old exits leaves us. Die alten Sachen verlassen uns. And the new things make us new. Und die neuen Dinge, die machen uns neu. Old things make us old, new things make us new. Alte Dinge machen uns alt, und neue Dinge machen uns neu. Amen. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir dort keine Antiquitäten finden. St. Peter will not tell you, this furniture is 1000 years old. Und St. Petrus wird uns nicht erzählen, dieses Möbelstück hier ist 1000 Jahre alt. Everything is fresh and new. Nothing old. Nichts altes. Denn es gibt keine Zeit im Himmel. Wie könnten wir jetzt diese zeitlose Sphäre vom Himmel auf die Erde bringen? Das ist nicht schwer. Vielleicht ist es für die Schweizer hart. Schwer. Aber ich versuche euch jetzt begreiflich zu machen, dass es nicht schwer ist. The key is not your faith. The key is not your knowledge. The key is God's love. Der Schlüssel ist nicht dein Glauben. Der Schlüssel ist nicht das, was du weißt, sondern der Schlüssel ist die Liebe Gottes. Many people doubt themselves if God really loves them. Und viele Menschen zweifeln daran, dass Gott sie wirklich liebt. Oder ob er sie genug liebt. Das ist der erste Stolperstein, weswegen die Liebe nicht fließen kann. Diese zeitlose, ewige Sphäre ist schon auf der Erde. Als Israel in der Wüste wanderte, da sind ihre Schuhe nicht abgetragen worden, nicht kaputt gegangen. Und ihre Kleidung ist nicht alt geworden und nicht zerrissen. Und es gab keine Krankheit und keine Missgeburten. So als ob die physischen Elemente und die Gravitation keinen Einfluss auf ihr Leben nehmen würden. Wir müssen unser Denken verändern. Diese physische Welt, die wir sehen, das ist eine Welt der Illusionen. Und es ist nicht die Nummer 1, sie ist der Nummer 1 hinzugefügt. Unser Problem ist, dass wir die Erde als Nummer 1 sehen, so als ob es nichts anderes gäbe. Und dazu sind dann die anderen, die geistlichen Dinge, sowas wie Religion, hinzugefügt. Und Gott hat uns den fünffältigen Dienst gegeben, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. Deswegen heißt es, sucht zuerst das Königreich Gottes und seine Frucht, die Gerechtigkeit ist, und ein Dienst ist, das Königreich Gottes zu euch zu bringen. Deswegen habe ich alles unternommen, um zur Zeit hier zu sein, weil das Königreich Gottes für mich an erster Stelle steht. Ich habe eine E-Mail bekommen, da ging es darum, ob es überhaupt noch eine Fahrkarte von Warschau nach Polen gibt, weil ja alle mit dem Zug fahren mussten, ja von Warschau nach Nürnberg, weil alle Zug fahren mussten, niemand konnte fliegen. Und da habe ich eine E-Mail bekommen, machte keine Sorgen, ich werde da sein, notfalls mit Philipps Airline. Denn in meinem Denken ist das Königreich Gottes die Nummer eins, und er hat für uns die Zeit verkürzt, so wie ich das mit Emma zusammen erfahren habe. Wir sind losgefahren, als ein Eissturm losbrach, und die Straßenspiegel glatt waren. Und wir sollten eigentlich vier, fünf, sechs Stunden fahren, also so weit war die Entfernung. Und wir sind in diesem Eissturm in zwei Stunden angekommen. Und die Menschen waren schockiert und haben gefragt, wie habt ihr das geschafft? Wir wissen es nicht. Bei Gott ist Zeit flexibel. Als ich mal von Erlangen nach Rotterdam gefahren bin, weil wir dort eine Gemeinde hatten, ist Baruch gefahren. Die Menschen hatten uns aufgehalten in Erlangen. Und wir sind weit nach Mitternacht losgefahren. Und als wir dann endlich bis nach Köln gekommen waren, dann war es eine Stunde bevor die Kirche anfing. Und wir hatten von Köln bis nach Rotterdam noch drei Stunden fahren müssen. So lange ist die Fahrzeit. Wir sind oft diese Strecke gefahren, also wussten wir genau, wie lange das dauern würde. Und Baruch sagte, wir schaffen das nicht. Aber ich sagte, mir ist es egal, wie du jetzt fährst, ich werde mich hinlegen im Auto, du fährst und wir werden zur Zeit dort sein. Ich habe meinen Kopf auf das Kissen gelegt und bin tief eingeschlafen. So wie Jesus in dem Boot tief geschlafen hat. Supernatural schlafen. Ein übernatürlicher Schlaf. Und als ich meine Augen aufmachte, waren wir da. Und ich fragte ihn, wie hast du denn das geschafft? Er sagt, keine Ahnung. Es war zehn Minuten bevor die Veranstaltung anfing. Gott hat die Zeit verkürzt. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich habe viele Männer Gottes die mir gesagt haben, dass das zu ihnen auch passiert ist. Und ich bin nicht der Einzige. Ich kenne viele Männer Gottes, die erzählt haben, dass ihnen das Gleiche passiert ist. Wir leben nicht in einer realen Welt, wir nehmen sie als realen Welt. Und das ist unser Stolperstein. Und das ist unser Stolperstein. Das Wort Gottes wäscht uns. Die physische Welt verschmutzt uns. Aber nur dann, wenn wir uns verschmutzen lassen. Wir wollen mal lesen, was uns unrein macht. Mark 7, Vers 20 bis 23. Und das finden wir in Mark 7, Vers 20 bis 23. Und Jesus sagte, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Und das sind alle möglichen Dinge, wie Unsucht, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Euklist, Ausschweifungen, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen und sie verunreinigen uns. Aber wie sind die Dinge erst mal ins Herz hineingekommen? Gott hat uns nicht geschaffen mit diesen Dingen. Die katholische oder die kirchliche Lehre sagt, dass wir mit dieser Ursünde geboren sind, aber tatsächlich sind wir unschuldig, rein geboren. Das lehrt uns die Bibel. Und mir ist es egal, wie die offizielle Lehre darüber sich anhört. Ich bin nicht in Verdammnis geboren. Und dann bekomme ich eine kleine religiöse Erleichterung meiner Last. Wir werden dir eine Messe lesen und werden damit deine Ursünde ein klein wenig verbessern. Wir werden dir hier mit dieser religiösen Sache helfen und mit der, wenn du zu uns kommst. Wenn du deine Sünden bekennst, dann musst du ein paar Ave Maria beten und solange du das machst, dann wird vielleicht diese Last, dass du in dieser Ursünde geboren bist, etwas erleichtert. Das ist die Schlauheit der menschlichen Natur. Sie binden dich mit Religion und bringen dich in einen Stall wie ein Tier. Und wenn dann jemand kommt so wie ich und versucht dich zu befreien, dann bin ich falsch. Dann bin ich ein falscher Prophet, ein falscher Lehrer, weil ich das tue, was Jesus tat. Ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien und die Gefängnistüren zu öffnen. Wenn du frei bist, dann kommt die Verantwortung. Denn diese Freiheit muss beschützt werden. Weil du kannst sie so leicht verlieren. Denn die Welt hat so viele Mechanismen, mit denen sie versucht, jeden zu binden, an Religion, an Doktrine. Deswegen haben sie den Teufel so groß gemacht, so fürchterlich, dass wir uns ausschließlich mit ihm beschäftigen. Und dadurch ist Gott so klein geworden, dass du ständig in need of freedom und dann musst du ständig neue Freiheit haben. Du hast ganz viel Bedarf an Freiheit. Aber die Freiheit kommt nicht. Du hast nur das Verlangen danach. Aber wirklich frei zu sein, das ist eine weit entfernte Sache. Und wir trösten uns dann, ja, wen der Sohn freisetzt, der ist wirklich frei. Oh, Halleluja, Halleluja. Oh, Jesus hat das gesagt. Oh, ja, ich wünsche das. Ich wünsche das. Oh, ja, Jesus hat uns das gesagt. Und ich hoffe, dass ich irgendwann glauben darf, dass das möglich sein könnte. Aber ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oh, Halleluja, that's a good word. Oh, that's a good word. Oh, das ist wirklich ein gutes Wort. Und trotzdem sind wir gebunden. Wir wünschen uns, frei zu sein. Und wer bindet uns? Die Menschen. Gott bindet uns. Gott bindet niemanden. Und wenn du dich nicht darüber erhebst, dann wirst du immer gebunden sein. Organisationen binden, Menschen binden, Menschen binden. Und ich habe genug davon. Ich will gereinigt sein. Frei. Und ich bin frei. Und ich bin gereinigt. Und jetzt muss ich es beschützen. Mir ist es egal, was Menschen sagen. Denn diese Freiheit ist für mich so kostbar, dass ich mein Leben für sie niederlege. Und wenn es für mich kostbar ist, dann möchte ich, dass es auch für euch kostbar ist. In Gebundenheit zu gehen, ist einfach. In Freiheit zu gehen, das ist schwer. Es ist viel einfacher, aus Ägypten herauszukommen, als Ägypten aus uns herauszubekommen. Warum? Weil du dann die Verantwortung für deine Freiheit übernehmen musst. Die Israeliten wollten nach Ägypten, denn sie waren dort Sklaven unter der Macht von jemand anderem. Sie hatten da keine Verantwortung. Sie mussten einfach nur ihre Ziegel machen und sagen, ja, ich bin ein Sklave. Sie mussten dort nicht die Wege des Herrn lernen. Aber dann hat Mose ihnen die Wege des Herrn gezeigt und sie mussten sie lernen. Und einige sagen, oh, das ist einfach zu viel für mich. Es ist leichter, Sklave zu sein. Gehorche. Und viele Christen, die wollen Sklaven ihrer Religion sein. Sie wollen Sklaven ihrer Struktur sein und Sklaven dessen, was Menschen ihnen sagen. und sie haben kaum jemals gelernt, persönliche Freiheit zu haben, sich daran zu erfreuen. Wie kann man sich an einer persönlichen Freiheit erfreuen? Die Worte, die ich rede, die sind dazu da, um euch zu befreien. Die Worte, die ich spreche, die waschen euch. Es ist nicht einfach nur ein Wort, sondern es ist die Qualität der Worte. Es gibt Worte, die uns unrein machen und Worte, die uns rein machen. In Johannes 15, Vers 3 lesen wir, Jesus sagt diese Worte, da sagt Jesus folgendes, Ihr seid bereits rein, wegen der Worte, die ich zu euch geredet habe. Wow. Just by speaking words. Einfach nur durch gesprochene Worte. There is a ministry and there is a ministry. Es gibt Dienste und Dienste. Oh, I've been around ministry, all of my life I've been ministering and I've been with all kinds of preachers. I've got 22 ordinations of different denominations. Ich habe mein ganzes Leben lang gedient und ich war mein ganzes Leben lang mit Dienern zusammen. Ich habe 22 Ordinationen von verschiedenen Glaubensrichtungen. I can please everybody. I got license for everything. Ich kann jedem gefallen. Ich habe eine Lizenz für alles. It's funny in many ways. Das ist manchmal ganz lustig. Aber ich war schon immer frei und unabhängig. Und ich bin dazu berufen, die Menschen freizusetzen, so wie Jesus sagte von sich, dass er kam, um die Gefängnistüren zu öffnen. Freiheit für alle zu verkündigen. Die Menschen zu entbinden, weil jemand sie gebunden hat. Und wenn ich dann meinen Nacken unter eine Denomination stecke, und wenn ich dann sage, ich bin hierher gekommen, um etwas Neues, Frisches, eine neue Dimension zu bringen, da habe ich kürzlich entdeckt, dass sie das gar nicht wollen. Sie wollen die Menschen in Gebundenheit halten und sie wollen mich in Gebundenheit halten. Also verschwinde ich. Und deswegen bin ich dann zu jemandem anderes gegangen. zu einem anderen Pastor, zu einem anderen Bischof, ich habe einen anderen Superintendent getroffen. Und ich habe immer wieder gedacht, vielleicht habe ich hier einen Zugang, um Menschen freisetzen zu können. Und ich habe ihnen immer wieder gesagt, macht doch die Menschen abhängig von der Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mach sie abhängig vom Geist des Herrn. Und lasst den Geist des Herrn den Chef sein. Versucht es doch mal. Versucht mal, schaut mal, ob es funktioniert. Aber sie können das nicht. Sie können einfach ihre Hände nicht von der Kontrolle lassen. Und sie haben die Hände mir an den Hals gelegt. Sie haben mir die Taschen geleert und das Herz geleert. Haben meine Gesundheit gestohlen. Und dann musste ich gehen, um meine Freiheit zu beschützen. Und das habe ich so lange gemacht, bis der Herr mir irgendwann gesagt hat, reicht es dir endlich? Hast du endlich mal gelernt? Hast du jetzt genug Erfahrungen gesammelt? Und ich sagte, ja Herr, entschuldige, es hat einfach ziemlich lange gedauert. Ich habe Lizenzen, die wie Aufkleber überall an mir kleben. Ein realer Hippie. So wie die Hippies, mit denen alle möglichen Aufkleber hatten. Quatsch. Jetzt, wo ich frei bin, warum sollte ich dann zurückgehen in Gebundenheit? Schaut euch mal an, wie wunderbar das hier ist. Wir kommen aus verschiedenen Denominationen, aus verschiedenen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Denkweisen. Ist es nicht wunderbar, wenn wir uns frei fühlen können? Ich verdamme dich nicht, und du verdammst mich nicht. Ich sage nicht, du liegst falsch. Ich kann nicht sagen, du bist falsch. Das ist das schlechte Wort, falsch. Ich kann es nicht so viel hören. Falsch, falsch. Dieses Wort falsch ist für mich ein schlimmes Wort. Ich kann das nicht allzu oft hören. Denn gestern lagst du vielleicht falsch, und heute liegst du richtig. Wenn ein Kind läuft und hinfällt, dann hebst du es einfach auf. Und wenn ein Kind weint, dann tröstest du es. So lange, bis der Schmerz weg ist. Aber wenn man sagt, falsch, dann klingt das, als ob es keine Hoffnung mehr gibt. Und das ist Religion. Oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ein fleischlicher Mensch sagt, ja, das ist jetzt meine Möglichkeit. Das ist jetzt die Möglichkeit, dich an mich zu binden. Weil du jetzt nämlich falsch schlagst, und jetzt kommt Schwefel und Feuer auf dich. Und für diese Menschen werden dann noch neue Doktrinen geschaffen. Weil dann musst du das machen, und das machen. Und dann musst du ganz spezifisch reden, wenn du betest. Und du musst auf die Gebet- und Fastenkonferenz kommen. Und wir werden dich dann lehren, wie du spezifisch sein kannst, und wie du Ergebnisse von Gott bekommst. Und das klingt so, als ob Gott eine komplizierte Maschine ist, mit jeder Menge Knöpfe, und keiner weiß so richtig, auf welche man drücken muss. Auf der einen Konferenz wird dir erklärt, du musst auf den gelben Knopf drücken. Und in der anderen Konferenz sagt man, nein, du musst auf den grünen drücken. Und in der dritten Konferenz sagen sie dir, es ist weder der gelbe, du musst auf den grünen Knopf drücken. Du musst nämlich den roten Knopf drücken. Und dann hast du alle Knöpfe schon mal gedrückt, und bist immer noch nicht verändert. Denn nicht ein einziger Mensch kann dich freisetzen. Religion kann dich nicht freisetzen. Nur der Geist des Herrn. Durch die Liebe Gottes. Jetzt, das ist etwas, das ich nicht genug habe. Je mehr ich darüber rede, desto mehr werde ich gereinigt, und desto mehr werdet ihr gereinigt. Wir wollen Psalm 147, Vers 18. Vers 18, No. 147. 147, Vers 18. Yes. Er sendet sein Wort und schmilzt sie. Wow. Ich sende die Worte, und sie sind nicht meine Worte, und ich hoffe, dass irgendetwas beginnt zu schmelzen. Schmilzt da etwas in euch? Ich habe eine Zeit lang mit Menschen zu tun gehabt, die mit Gold handeln. Sie kaufen Gold nicht in diesen Blocks, die wir alle kennen, sondern sie bringen es in den Schmelzbetrieb, in die Gießerei, und dort wird es noch einmal eingeschmolzen. Jedes Mal, wenn Gold von Privatmenschen gekauft oder verkauft wird, dann wird es offiziell eingeschmolzen und bekommt einen neuen Stempel. Denn nur dann wissen sie, dass es reines Gold ist. Denn es gibt ganz oft Goldstücke, die ist nur außen drauf Gold, und innen drin ist Zinn oder Blei. Und obwohl da ein offizieller Stempel drauf ist, da weiß man trotzdem nicht, was da drin ist. Aber wenn du das ins Feuer legst, dann sieht man, wenn das herauskommt, hier kommt das Zinn heraus, hier kommt noch anderes Metall, und hier kommt jetzt das reine Gold. Und manchmal ist es so, dass die Banken nur ein Viertel von dem kaufen, was wie Gold aussieht, weil tatsächlich nur ein Viertel Gold drin ist. Und das Ziel des Wortes Gottes, das wie Feuer ist, oder wie ein Hammer, wie Jeremia sagt, dann ist das genauso, wie wir hier gelesen haben, es schmilzt. Und was macht es dann? Er lässt seinen Wind wehen und die Wasser rieseln. Er sendet sein Wort und schmilzt sie, er lässt seinen Wind wehen und die Wasser fließen. Was versucht er uns hier zu sagen? Die Menschen versuchen immer, den freien Fluss des Wassers zu blockieren. Denn die Menschen versuchen immer, zu kontrollieren. Und deswegen benutzen sie eine gute Psychologie, eine religiöse Psychologie. Sie versuchen, dass du in ihrer Tasche bist. Wir kennen solche Menschen, die versuchen, uns in ihre Tasche zu stecken, indem sie sagen, du kannst das und das und das dafür bekommen. Wenn du dich unter unseren Dienst stellst, dann wirst du das und das bekommen. Wir haben nämlich große Sponsoren, wir können Millionen bekommen. Aber ich habe gesagt, weißt du, was die Schrift sagt? Verflucht ist jeder, der sich auf den Arm des Fleisches verlässt. Wenn ich in der Tasche eines Milliardärs stecke, dann bin ich verflucht. Denn dann bin ich nicht mehr frei im Heiligen Geist, dann muss ich tanzen, wie der Milliardär pfeift. Dann diene ich nicht mehr Gott, sondern den Menschen. Ich erzähle euch die Wirklichkeit, in der ich lebe. Es gibt viele Dienste, die gebunden sind, daran etwas zu tun, weil sie von reichen Menschen gesponsert sind. Und wenn ich versuche, sie freizusetzen, dann können sie nicht frei werden. Denn das Geld, was sie bekommen, das ist ihnen wichtiger. Das ist ihnen wichtiger, als Gott und die Freiheit im Heiligen Geist. Wenn Gott uns also schmilzt, dann gibt er uns den Geist des Lebens, das ist der Fluss des Heiligen Geistes. In Johannes 7, 38 Jesus sagt, komm zu mir. In Johannes 7, 38 sagt Jesus, komm zu mir. Und die lebendigen Wasser werden aus euch herauskommen. Und es werden keine stagnierenden Wasser sein, die an einem Ort sich nur bewegen, sondern sie werden fließen. Du kannst diese Wasser nicht kontrollieren, sondern es ist das Wasser des Lebens, das dich kontrolliert. Wenn wir zu Hesekiel 47, Vers 8 kommen, da lesen wir davon. Das ganze Kapitel fängt an, das ganze Kapitel fängt an, als der Prophet sah, wie das Wasser aus dem Tempel herauskam. Und beginning mit Vers 2, we read, you don't have to read it, but I'll just tell you. Ja, das fängt in Vers 2 an. Ich werde es euch vorlesen. Und er brachte mich heraus aus dem Nordkorn. Und behold, water was trickling from the south side. Und das Wasser fließt aus der Südseite heraus. Und das Wasser ging ja bis zum Knechtchen. Und das Wasser ging ja bis zum Knechtchen. Das erinnert mich an die polnische Tour, die wir gerade hatten. Wir hatten geplant, den Hiskia-Tunnel zu besuchen, aber das Wasser ging bis zur Hüfte dort. So, es war sehr hoch. Aber die Wissenschaftler haben ein großes Wasserreservoir direkt unter dem Tempelberg. Eigentlich bedeckt dieser Berg Moriah einen See. So much water, there's a pressure. And when they were digging under the walls, the old walls of the Temple Mount, they went too deep and now they have to pump it out because the pressure is already there. The whole land of Israel is so wonderfully formulated. This ganze Land Israel is so wunderbar gemacht. Just looking at it gives you a spiritual message. We were in Caesarea Philippi close to Mount Hermon and we have concluded that really when Jesus was transfigured was not Mount Tabor which is further away but high mountain which is Mount Hermon. Und diese Verklärung Jesu die hat nicht auf dem Berg Tabor stattgefunden wie allgemein angenommen wird sondern es war auf einem hohen Berg und das war Hermon. Und die Berg Hermon kommt the water und die Berg Hermon fließen die Wasser und auch aus unterirdischen Quellen und auch aus unterirdischen Quellen und die fließen in den Jordanien in den kleinen Jordan und dann in den See Genezareth und aus dem See Genezareth fließt das Wasser heraus und das ist dann der Jordan in dem Johannes getauft hat und ich habe auch diesmal wieder Menschen getauft als wir dort waren obwohl ich verkältet war. So the tour guide says I'm amazed you can hardly speak but you go to the water and you baptize people so I said who cares und der Reiseführer hat gesagt da bin ich jetzt wirklich erstaunt du kannst kaum reden und gehst trotzdem in das kalte Wasser und da habe ich gesagt was nützt zwei Menschen sind wiedergeboren worden und ich habe gesagt das ist genauso wie bei diesem äthiopischen Eunuchen der hat auch gesagt guck mal da spricht nichts dagegen hier getauft zu werden du glaubst ja ich glaube also sind sie in das Wasser gegangen und Philippus hat ihn getauft und da sind einige Kirchenleute dort die sagen das ist aber nicht das was wir tun du musst vorbereitet werden du musst vorbereitet werden und mindestens Mitglied sein und mindestens Mitglied sein I'm not in that kind of business aber das ist nicht mein Geschäft habe ich gesagt aber das ist nicht mein Geschäft habe ich gesagt your tradition is your manly tradition heavenly tradition is freedom ich kann nichts von Mitgliedschaft in der Bibel finden irgendwo das ist menschliche Tradition ich habe nichts gegen Mitgliedschaft ich habe nichts gegen Mitgliedschaft der Heilige Geist kann dich in eine wunderbare Gemeinde bringen und dir das Verlangen geben dort Mitglied zu sein dann ist es die Führung des Heiligen Geistes ich muss dir keine Gehirnwäsche verpassen damit du Mitglied wirst ich lasse das überlasse das alles dem Heiligen Geist und das ist wunderbar wenn du dir das anschaust es gibt ein Satellitenfoto von Israel und ich habe dieses Bild auch und ich habe dieses Bild auch und da der Rabbi der dieses Bild auch gesehen hat der hat es umgedreht und da wo Bethel steht da ist auf dem Satellitenbild zu erkennen dass die Formation der Berge genau die hebräischen Buchstaben des Namens Gottes vergeben genauso wie diese Buchstaben sind genauso wie diese Buchstaben sind und die Schriftstelle sagt und die Schriftstelle sagt ich habe meinen Namen in die Berge geschrieben er hat es damit gesiegelt ihr seht den Jordan hier der bis zum Toten Meer fließt in the Jordan you get baptized and the old man dies and flows into the Dead Sea und wenn man im Jordan getauft wird dann wird der alte Mann dort ertränkt und der tote Alte fließt in das tote Meer wir haben im November eine Tour nach Israel wenn ihr eine Revolution in eurem Leben erleben wollt dann nehmt daran teil Gott gibt uns immer physische Beispiele um uns zu zeigen was im Geistlichen ist also gibt es dieses Wasser unter dem Tempel aber es fließt jetzt noch nicht irgendwo hin wir werden davon lesen was ist jetzt der geistliche Aspekt davon ein paar Yards oder ein paar Feet was war es hier was war es hier ein Tausend ein Tausend und dann the water was reaching my knees und dann hat er eine Distanz abgemessen von tausend Ellen oder Füßen und an dieser Stelle ging das Wasser bis an die Knie und das kann man immer noch kontrollieren obwohl das Wasser bis an den Knien steht dann kann man sich an den Wasser erfreuen aber du stehst dann immer noch und dann hat er weitere Tausend abgemessen und dann ging ihm das Wasser bis an die Hüfte you may not be so sure but you are still in control und wenn einem das Wasser bis an die Hüfte reicht dann kann man nicht nach sicher laufen aber man kann es noch kontrollieren aber dann ging ihm das Wasser bis an die Brust und dann wurde der Strom stärker seine Füße waren immer noch auf dem Boden und er hat sich daran gefreut und du kannst dich an der reinigen Wirkung der Wasser Gottes erfreuen und sein Wort die Bibel erklärt uns dass wir von seinem Wort gewaschen werden denn du bist rein durch das Wort das ich zu dir geredet habe aber dieses Wort das hat ein Ziel eine Richtung und dann ging ihm das Wasser bis an den Hals und seine Füße haben den Boden verlassen er war dann nicht mehr in Kontrolle sondern das Wasser hat ihn kontrolliert der Geist Gottes kontrolliert dich dann je mehr wir hören und desto mehr werden wir gereinigt in Zachariah 14 Vers 8 in Zachariah 14 Vers 8 lesen wir und hier lesen wir über die Wasser die von Jerusalem fließen werden und es wird geschehen an jenem Tag das lebendige Wasser die Wasser die Wasser im toten Meer sind nicht lebendig sie sind tot aber das Wasser unter dem Tempelberg ist lebendiges Wasser und so redet diese Schriftstelle vom physischen Wasser die Hälfte dieses lebendigen Wassers was aus Jerusalem fließt wird in das östliche Meer fließen und die Hälfte davon in das westliche Meer und sie werden Sommer und Winter fließen es wird ein Tag kommen an dem werden wir keine Reservoare mehr haben die wir kontrollieren können sondern das Wasser wird fließen in der Apostelgeschichte lesen wir in ihm leben wir und weben und haben unser Sein das erste ist die Reinigung das Waschen und dein Verlangen nach mehr wird dadurch vergrößert und je mehr du Verlangen hast desto mehr wirst du empfangen bis der Herr dich übernehmen will und ich glaube dass es für jeden bestimmt ist mit Gott zu gehen so wie Henoch es tat und Henoch war nicht mehr könnt ihr euch eine Pyramide vorstellen wir sind an der Basis der Pyramide und Henoch ging mit Gott Gott ist ganz oben an der Spitze und Henoch geht hoch er hat mehr Interesse er ist an der Liebe Gottes interessiert und dann erfährt er die Liebe Gottes und er wird immer näher gezogen immer näher bis er an die Spitze kommt und an der Spitze kann man nirgends wo mehr hin und dann bist du mein sagt Gott das ist die Reise auf die ihr euch begeben habt das ist auch meine Reise und ich kann euch nicht sagen an welcher Stelle ich bin aber wir werden an der Spitze dieser Pyramide ankommen und es ist Gottes Sache dass er aufpasst dass wir nicht wieder runterfallen die Menschen wollen das sie können es kaum erwarten dass du stolperst und abkleidest damit sie dir helfen können dass du abhängig bist von meiner Salbung die Wege Gottes sind anders sie gehen nach oben und du brauchst dann keine Diener mehr der Dienst ist erfüllt und ich gehe dann woanders hin und dort können sie auch anfangen die Berge hoch zu laufen und wenn sie dort alle oben sind und weg sind dann gehe ich woanders hin Dienst ist kein Geschäft versteht ihr wie ich denke und wer hat mir das gegeben wer hat mich so gemacht euer Gott mein Gott liebt ihr ihn nicht geht darin wenn du einen Fehler machst dann verdamme dich nicht dafür Gnade bedeutet Raum zu geben jede Menge Raum um dich zu korrigieren und jede Menge Raum um um umzukehren und was dich dazu bringt Buße zu tun umzukehren das ist die Liebe Gottes nicht weil du musst sondern weil du geliebt bist und weil du liebst so wie ich mit meiner Frau zusammen bin weil ich sie liebe da muss ich jede Menge korrigieren und wenn es keine Liebe gäbe dann würde ich mich schon hunderttausend zehntausend mal von ihr scheiden lassen haben die Liebe ist das was uns verbindet was uns zusammenbringt nicht der Buchstabe der tötet das ist das das ist das Vielen Dank.